So Leute, herzlich willkommen hier zu Survival Games, heute mit dem Daunchy. Hi! Und ich hab den grad eben angeschrieben, weil ich einfach mal wieder Bock hatte, Survival Games zu spielen, weil ich das echt schon ewig nicht mehr gespielt hab. Und wir sind beide nicht grad so, glaub ich, die Survival Games Bros. Doch, doch, ich bin absoluter Pro. Ich mach absolut gar nicht und Daunchy, wie man natürlich grad gehört hat, übel. Ja, klar. Und der hat grad seinen Beast-Mode aktiviert, wie da grad auch einer schon im Chat geschrieben hat. Ach du Scheiße, der ist bestimmt ganz schön gemein. Wir treffen uns grad wieder in der Richtung, wo wir herkommen am besten. Wo ist das? Da, gleiche Richtung, wo du grad hergekommen bist. Oh toll, ich hab ne Uhr für was. Wo bin ich hergekommen? Hier wird man direkt schon angegriffen, ne? Ja, da gibt's keine Dings. Renn, renn, renn. Renn, ich hab ziemlich viel Rüstung. Ich hab einen Helm und eine Hose, glaub ich, gehabt. Ja, ich hab nen Helm und ich hab ein Goldschwert auf jeden Fall schon mal. Ich hab nur einen Bogen. Ah, und einen Bogen hab ich. Haben wir das grad gleichzeitig gesagt? Ja, ich hab einen Bogen. Die Wolle ist cool, da kann man von höher runter springen und kriegt weniger Schaden. Was mach ich mit ner Uhr, bitte? Hä, wo bist denn du hin? Gucken, wie spät es ist. Oh, ich hab nen Diamant. Ich bin reich. Boah, springen, hä? Scheiße, wir kommen hier ne... Jetzt spring ich in die Labe. Doch, hier kann man raus. Wie? Theoretisch. Müsste man springen können? Alter, wir sind so Kings. Äh, das war jetzt suboptimal, oder? Geh mal weg. Ich hab gestern noch gesehen, dass man da eigentlich springen können müssten, dürfe tun. Alter. Ja, da ist der Block wahrscheinlich da oben im Weg, oder? Genau, mach mal kaputt. Warte, das geht sogar, WTF. Was, nee, das... Hä? Warte auf mich. Scheiße, hier ist einer. Da ist einer. Jo, ich bin durch. Geh bitte vor. Naah! Oh, man. Ha, ich hab ihn getötet, der ist in die Lava gefallen, so ein Noob. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ich bin so böse. Damit hat er nicht gerechnet. Spiel du mal weiter. Ich schneide es in meiner Aufnahme dann grad zusammen. Ja, ja. Aber der Block war bei mir vorhin für ein paar Sekunden weg, dann konnte ich da einfach durchgehen. Ja, das hat ein bisschen geleckt, oder? Und dann ist man rausgekommen, war bei mir auch. So, da ist einer, pass auf. Den, äh... So. Felitiere ich jetzt. PvP Pro Skills ausgepackt schnell. Ja, hast du mich gesehen? Ich... Der hatte einen... Ja, ich hab den aber schon ganz schön runtergebrochen. ...Steinsperrt. Und ich hab den mit meiner Hand nur noch anderthalb Herzen oder so getötet. Der soll sich mal schämen. Ich hab einen Diamanten am Start. Kannst den Leuten auf den Kopf hauen. Der Serpo... Alter, ich wurde grad einfach zurückgesetzt. Ja, es hat grad voll gehangen. Bei mir auch. Verdammt. So, aber jetzt musst du auch erster werden mit dem Diamant. Ja, klar. Ich bin auch hier Pro. Wen hab ich da überhaupt getötet? Keine Ahnung. Vielleicht kann man das im Chat sehen. War das nicht der mit dem Supermodus? Äh... So, ich sterb. Ich sterb, ich sterb. Ah, nein, ich hab nicht getroffen. Ich war zu... Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab zwei geholt. Sehr gut. Zwei Kills. Zwei Kills. Oh, ich hab Pfeile. Nice. Ich trink mal ne Suppe. Äh, hast du mein Kram einsammeln können? Ah ja, stimmt, hast du ja dann. So, wo sind die anderen? Ich, ich zermetze hier alle, ne? Spielst du auch schon ne Runde? Ne, ich warte auf dich und dann, äh, cutte ich das grad raus bei mir. Achso. Okay. Ah, ich wurde schon wieder zurückgesetzt. Hab ich grad ne Kiste gesehen, ne? Eine Pisten-Kiste. So, eine Potato war da drinne. Nice. Das kannst du nur noch gewinnen. Ja. Jetzt bin ich der absolute Überkiller. Scheiße, scheiße, ich sterbe jetzt. Ich sterb. Ich bin tot. Okay. Gut. Ah. Verdammt. Machst du bei dir einen Cut rein oder nehmst du grad weiter mit auf? Für den Meter. So, hier sind wir wieder und, ähm, wir cutten ja einfach immer ein bisschen was zusammen. Immer wenn wir abkacken, dann gibt's einen Schnitt. Downstreet ist immer noch dabei. Hi. Und Gomme jetzt auch. Gomme ist hier hinten auch irgendwie grad auf den Server gejoint und zockt hier auch ne Runde. Wir haben keinen Plan, ob der aufnimmt oder so. Werden wir sehen. Wir haben den auch in Skype drin, aber gemutet, weil... Ja, genau. Wir wollten's nicht. Der ist uns zu uncool. Genau. Und, äh, gleich Map nochmal. Wir rennen grad wieder in die Richtung am besten, dass wir uns wieder finden. Wohin? Zu den Bäumen? Ja, genau. Zu den Bäumen. Zu den grünen Bäumen aber. Okay. Ja, nicht, dass ich zu den blauen laufe. Du, ganz woanders hin, ne? Oh. Ey, wir wurden die Sachen geklaut. Ja, das ist, äh, da... Geht's wieder her. Leckt. Dann, äh, kann schon passieren. Okay, ich renne zu den grünen Bäumen. Ja, ich renne hier hinterher. Renne direkt weiter einfach. Zu den grünen Bäumen. Mir gefällt die Map irgendwie. Ich auch. Das ist komplett aus Wolle. Ich glaub, so baue ich meine nächste Survival-Map. Alles aus Wolle. Wenn du mal zu viel Zeit hast, meinst. Ich glaub, das mach ich in FTB, weil da hab ich sowieso unendlich Wolle. Dann passt das. Ey, ich hab ne Karotte, damit zerstör ich alles. Ah! Ach, du bist das. Ne Karotte? Ey, ich hab ein Stück Hähnchen. Die zieh ich dem einfach über den Kopf, dann ist er verwirrt. Oh, da ist Gomme. Da gehen wir vielleicht lieber mal auf die Seite. Ich weiß nicht, ob da was drauf hat oder nicht. Ach du Scheiße, der hat ja echt viel am Start. Hier, kriegst erstmal einen Schlag mit. Noch einen. Yay! Und noch einen. Bam! Gomme Jagd. Der regt sich jetzt bestimmt gleich auf, weil er denkt, hey yo, ich werd gleich wieder gekillt und so. Puh, puh. War da noch was drin? Äh, jetzt nicht mehr auf jeden Fall. Guck mal, der wird nur verfolgt. Wo bist denn du? Lass den mal nicht verfolgen. Ja, lass den mal woanders hinrennen. Ist ja auch dumm, wenn der Aufnahme machen direkt gekillt wird. Da können wir Kills abstauben. Weil die anderen wahrscheinlich keine Kisten einsammeln, weil die ihm nur hinterher rennen. Da rechts wäre eine... Ah, da ist eine Kiste. Ich hab ne... Ich hab ein Holz... Äh, ein Steinschwert. Fuck, 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 fuck. Geh weg, geh weg. Ah, es leckt bei mir, ich seh nichts. Ja, es ist... Standbild, Standbild. Nein, ich wurd gekillt, weil's geleckt hat, wie Sau. Ich hatte ein Steinschwert, sammel's ein. Äh, ich bin auch tot. Ach, verdammt. Okay, dann Cut und bis zur nächsten Runde. Bist bereit? Jup. Willkommen zurück. Wieder mit Mr. Minecrafter. Immer noch in dem gleichen Video. Immer noch in krassen Skills verpackt hier. Ja, klar, ne. Wir haben gerade auch zwischendurch schon ein bisschen geübt. Äh, ich hab hier schon den Kolben bisschen kaputt gemacht. Da sieht man schon, ich zerstör hier sogar Holz mit der bloßen Hand. Du, was? Also... Ja, klar. Und... Go! Oh, schneller! Oh, ich hab ein Eis... Nein, das Goldschwert ist weg, ich war zu langsam. Oh, ich hab gar nichts, was wegrennt, ey. Ich hab nur Essen und ein Gold machen und ein Eisen machen. Ich hab ne Karotte. Oh mein Gott. Einen Kürbiskuchen, den benutze ich jetzt zum Kämpfen. Ah, ich seh dich, ich seh dich. Und ich hab eine vergiftete Kartoffel. Sehr gut. Lauf weiter. Nice, ne? Ja, ich hab auch... Ach du Scheiße, ich hab ein Steinschwert. Renn nicht in seine Richtung. Ja, der... Wir warten mal ein bisschen vielleicht. Ja. Wir rennen mal hier lang. Hier gibt's bestimmt Kisten. Ich hab ein Cookie. Wir können nur gewinnen. Hier ist eine Verste... Oh, ein Steinschwert, wie nice. Sehr gut. Du protectest uns dann ein bisschen. Muss noch mehr sein. Ja, ich mit meinen Skills. Ich hoffe, hier ist keiner. Alter, ich hänge wieder irgendwie so halb hier rum. Tev. Hör auf! Sag mal! Ich kann mich hier kaum bewegen. Bei mir ist das voll buggy. Guck mich mal an. Oh, 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 oh. Ja, Alter, was machst du? Ja, keine Ahnung. Ich geh einfach nur ganz normal. Bisschen gehbehindert. Alter. Meine interne Verbindung ist aber gegeben. Deine Bambusleitung ist grad durchgebrochen. Tev. Alter. Da oben ist einer, da oben ist einer. Ja, ich kann mich nur mit Schneckencampen bewegen. Oh, jetzt hat's grad bei mir aber auch. Alter, immer noch. Was macht denn dein Internet? Alter. Hast du schon einen neuen Telekom-Vertrag? Nee. Mit Tev, jetzt hör auf hier. Lass es. Retarded Games. Arsch, Arsch, lass es. Hör einfach auf jetzt. Ich stupse dich an. Ja, grad eben hast du dich auch schnell bewegt. Warte, die Treppen vielleicht. Ha! Jetzt geht's wieder. Nein! Nein! Es geht so halb. Lässt du mich wohl hier durch? Alter. Oh, man. Guck. Ich will ne Kiste, ich brauch ne Waffe. Ich seh bestimmt voll bescheuert aus, wenn ich so rumlaufe. Ein wenig. Oh Gott, mit der Hose seh ich auch richtig sexy aus. Ich lauf hier grad so'n Turm hoch. Guck mich mal an, wie sexy ich ausseh hier mit dieser geilen Hose. Ja, kann ich grad nicht sehen. Oh, jetzt kann ich wieder vernünftig lau... Okay, das war's. Oh fuck, oh fuck. Alter, das... Ah, krach. Da hat man mal ein Steinschwert. Da wird man hier so... Die wollen nicht, dass ich gewinne. Wurde so zurückgebackt grad. Ich spring jetzt hier runter. Mein Leben hat... Warte, warte, nein! Nein, ich bin... Toot. Da waren zwei Leute. Hä? Wo? Oben auf dem Turm. Ich bin so'n Turm hoch. What the fuck? Ich bin grad... Alter, ich kann rumfliegen. Wuuu! Ich bin da in dem... In der Map drin. Das muss grad so lecken, dass ich irgendwie rumfliegen kann. Oder so. Keine Ahnung. Konnt' ich vorhin auch die ganze Zeit. What the fuck? Was denn da los? So, kommt her, Gegner. Kommt her. Ich pack mich rum. Ihr werdet mich gar nicht sehen können. So. Und ich bin hier anscheinend der krasseste Hacker. Ohne Hacks und Mods und irgendwas flieg ich hier in der Lobby rum. Aber jetzt... Jetzt geht's hier gerade. Jetzt kann ich wieder normal laufen. Was soll der Scheiß? Ja, und warum kann ich rumfliegen? Ich glaub nicht, dass das normal ist. Doch, konnte ich auch. Ja? Ja. Also, ich bin nicht in der Map drin. Ich bin hier in dem... Ich weiß. Okay. Da... Nein, jetzt wurde ich wieder zurückgesetzt. Oh, ich merk schon, das wird hier wieder nichts. Gut, dann gibt's bei mir mal wieder einen Cut, weil ich mal wieder so die Skills ausgepackt hab und gesagt hab, hey, nee, ich kill keine anderen, das wär ja unfair. Guck mal, ich hab jetzt volle Rüstung. Ja? Jetzt wird hier abgeschlachtet. Jetzt wird hier richtig abgeschlachtet. Jetzt kann ich auch wieder nochmal laufen. So. Wenn nicht wieder die Bambusleitung zusammenbricht, meinst du? Guck mal, da hinten, da ist ein Spieler ganz auf dem Berg. Den snack ich mir jetzt. Den nehm ich jetzt richtig hart ran hier. Der kommt schon runter. Hat schon Angst. Ich geh mal schon wieder in die Lobby und schau mal, was das abgeht. Jo. So, hallo. Der wird jetzt... Ach, das ist ein Steinschwerter, oder? Der wird jetzt gesnackt, ja. Und tot. Mann, das war ein schneller tot. Äh... Tot oder... Er tot. So, was haben wir hier denn noch Schönes in dieser Höhle? Kisten. Also, du lebst noch. Ja. Sehr gut. Oh, hier ist ein Enchantment Table. Hätte ich jetzt... Da hat jemand einen coolen Namen. In der Lobby. You're a drunk. Guck mal, da ist jemand. Lol, hat der gerade was abgebaut? Ohne Falle. Oh, fuck. Ich bin so dumm, ne? Wie blöd kann man eigentlich sein? Man kann nur so blöd sein wie ich. Ey, das ist mir auch schon so oft passiert, dass ich da in irgendwelche Fallen reingelaufen bin. Ich renne so dahin und denke so, oh geil, da ist eine Trapped Chess. Bestimmt ist das eine Falle. Und dann drücke ich die auch noch auf. Hey. Bist du tot? Oder... Ja, ich bin jetzt tot. Sehr gut. Nice. Also nicht sehr gut, aber... Aber ich konnte vorher... WTF. Aber ich konnte vorher noch jemanden töten. Das war jetzt ein bisschen schlecht. Ein wenig, aber immer noch besser wie ich. Guck mal, hier kann man seine Skills perfektionieren. Ich brauch das eigentlich gar nicht mehr, aber... Ich kann es natürlich trotzdem Zeit machen, um zu zeigen. Hier, guckt. Ich bin hier der Pro. Was? Ich bin auch so der Jump'n'Run-Pro. Ich mach das alles beim ersten Versuch. Ah! Ja. So. Alter, hier sind viel zu viele Leute. Das sieht man ja gar nicht. Ich kann mich bei... Pete's Meat bewerben. Oder ist jemand in mein Zimmer gekommen. Go on. Was? Ach, da ist noch ne Leiter. Ah! Wobei Pete's Meats ja teilweise gar nicht so drauf waren wie Jump'n'Run. Ah, die haben jetzt auch ne Mille, gell? Nein, jetzt... Oh, ich war so weit, ne? Unglaublich. Ich esse mal ne Wurst hier. Wurde mir grad gegeben. Hm. Ich war so weit, ne? Ich hätte es geschafft, aber die haben mal wieder gemerkt. So, lass das... Hier ist ne Leiter. Da können wir dann hochgehen. Direkt bei mir. Ah, ich finde es neu, was wir machen mit Dings. Was ist das? Creed 2. Ja, ist ziemlich witzig. So, nimmst du auf? Ja. Okay. Willkommen zurück, mit Mr. Minecrafter. Mit Mist, verdammt. Und los geht's. Wir haben uns schon hier die Strategie ausgesucht. Wir werden jetzt... Oh, du stellst dich erstmal einen Weg, sodass ich nicht an die Kiste komme, ne? Das ist hier gar keine... Alter, werde ich erstmal angegriffen, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin gleich tot. Renn weg. Ja, witzig. Ich hab ne Steinachs. Die Leiter ist bestimmt keine gute Idee. Doch. Kommst da hoch und kommst da raus. Aber wäre da jemand jetzt hinten angekommen, wäre ich tot. Kommst da hoch, kannst du rausschauen. So. So, pass auf, was ich jetzt mach. What the fuck? Ich bin jetzt Level 1. Mwah. Also, ich kann jetzt entschaden, theoretisch. Ach du Scheiße, was ist dat denn hier? Lass mal davor zum Zug gehen. Ja. Ich ess meine Wurst. Ich hab nen Kuchen. Oh, da oben ist ne Kiste auf der Burg. Oh, ich leg grad voll zurück. Was tun für nen Noob-Internet? Sagt wer? Ja. Ich sag das. Drück mal hier nen Knopf. Lieber nett. Doch, doch. Bruder, ich seh dich gar nicht. Wo bist denn du? Ah, hier, warte mal auf mich. Warte auf mir. Mann, hier ist gar nichts. Du hast gelogen. Hier ist nur ne Workbench. Ja, ich kenn die Map doch nett. Nichts ist hier. Oh, hier geht's runter. Das war grad ziemlich witzig bei mir ausgesehen. Haha, du bist so langsam. Scheiß, ich bin direkt neben dir. So, wir brauchen Kisten. Kisten. Äh, ja, ich hab gerade eine gefunden, ne? Ja, was war drin? Mh, Holzschwert zumindest. Sehr gut, ich hab ne Steinachs, dann haben wir wenigstens mal ein bisschen was. Und ich hab noch nen Kuchen. So, jetzt zur Burg, da waren ja auch Kisten. Ja, da irgendwo da hoch. Soweit ich mich entsinnen kann. Und ich lass mal dich vorgehen, bevor ich gleich wieder schütteln. Bist denn du? Oh, ja, vor dir. Ah, hier. Genau. Zack. So, hi. Ab nach oben. Lalala. Hier war irgendwo ne Kiste doch. War einmal, vielleicht. Ah, ne, hier ist er. Steinschwert! Jawohl, ich war schneller. Ha! Oh, maaan. Wenn ich jetzt nen Enchantment Table habe, könnte ich die, die, äh, das auch enchanten. Da hinten ist ein Schalt, da sind überall Schalter auf diesen... Dingern. Ich hab irgendwie den Drang, die zu drücken. Ja, ich läuf gerade mal wieder runter. Aber das sind doch schon mal ein bisschen bessere Voraussetzungen im Steinschwert und, äh... Da waren auch Gegner übrigens. Wo? Alter, ich seh sowas nie. Au. Wo, wo, wo? Da kommt gleich, glaub ich, einer. Geh du vor. Erstmal Schalter gedrückt. Wird eh nix passieren. Ah, jetzt wurde ich zurückgesetzt. Das war ein Fehler, den Schalter zu drücken. Na, es lag bestimmt am Schalter. Ja. Oh, was sind denn die? Da hinten sind Gegner. Wo? Hast du nen Schwert? Ich hab ne Steinachs. Ah, ich seh den Gegner. Wo bist du? Hattest du nicht ein Goldschwert? Doch, aber das ist... Ich glaub, ne Steinachs ist besser. Nee. Nett? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ah! Ah, zwei gegen eins. Das ist so unfair, ne? Das ist... Ah. Ich glaub, ich bin wo ganz anders. Expeite dich. Ich expate dich. Du wirst getötet. Zwei sind hinter dir. Oh mein Gott. Ah, ich hasse... Ah, es leckt. Ah, du bist tot. Scheiße. Ich greif die auch mal an, ne? Mua. Hier, paar Crits gemacht. Aber ich hab nen Kill gemacht.